Ich kenne Geocaching-Rendner, ich kenne Geocaching-Familien, ich kenne Geocaching-Extremsportler. Geocaching ist eine Art Schatzsuche oder Schnitzeljagd. Beim Geocaching geht es darum, dass ich mit Hilfe eines GPS-Gerätes oder Smartphones und Koordinaten nach kleinen oder größeren versteckten Schätzen suche. Diese Schätze wurden von anderen Spielern an möglichst interessanten Orten platziert. Die Koordinaten wurden dann im Internet bzw. in einer entsprechenden App veröffentlicht und anderen Spielern zugänglich gemacht. Und so haben andere Spieler die Möglichkeit, nach diesen Schätzen zu suchen. Und jeder kann es ohne weiteres ausprobieren. Um das Spiel zu testen, brauche ich lediglich ein Smartphone, was ich in der Regel schon in der Tasche habe, eine der zahlreichen kostenfrei erhältlichen Apps und einen Bleistift. Mehr brauche ich gar nicht, um meinen ersten Geocache zu finden.